so meine Damen und Herren willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Men's World hier auf meinem wunderschönen Kanal ich musste gerade gucken wo wir hier überhaupt spawnen das ist für mich ein kleines besonders bekannt naja doch eigentlich es ist schon bekannt das ist ein Geräusch also ich muss mal kurz nachgucken wir haben überhaupt keine Munition mehr deswegen wir rufen zwei Leute wir rufen den hier der hat einen Platz raus zu dir und wenn ich seit oben stehen was sind das für kleine ich weiß das zu schätzen was ist für ein kleiner Typ so wir müssen gleich mal sag mir mal was du hast feindlich das habe ich gerade erst zum ersten Mal gesehen aber auf den Händler der bleibt ja nicht lange in oben Munitionen verfügt als gefallen okay wir haben gesehen wie du musst dich schon nein 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 bleib hier man es ist abgehauen ich habe quasi bedarf an allem kannst du mir helfen bin im bayou bin gleich da so was dabei weil du brauchen kannst du auf lager so ist waffen jetzt müssen uns dann hat man keine ahnung was sie macht aber es sieht schon geil aus so wie was man hier an die wir haben die gerade die tun wir mal kurz ausrüsten ja es muss schon passen gut wir fahren einfach mal schon mal los wo uns uns die welt verschillt bin ich aber auch mal gespannt mal gucken ob ich schnell bin als der da vorne ob der einfach nur also fährt wirklich weg den spawnt nicht das ist nice es ist schon nice ja so da fahren wir jetzt mal hin lang und gucken mal 1,4 km ist es ja bille balle so ja ich freue mich sowieso um wieder mal machi aufzunehmen toll mal wieder ich nehme jeden tag ein paar machi auf obwohl ich zwei tage im voraus bin ich weiß nicht wie das passieren konnte das ist echt nice nice so wir brauchen jetzt irgendwo her ein auto pass auf ey brauchst du den kein ahnung warum ich das jetzt gemacht habe so jetzt habe ich ein kleines bisschen zeit raus geschindert die hätte ich jetzt natürlich umfahren können aber ich bin auch kein mörder fuck wo geht denn das hier lang auch hier wir brauchen die polizei hier unten schnell meldung über ein auto siegstall in mario hat eine einheit gedacht in trennen sich das anzusehen zentrale ende wir müssen ja andersrum das ist ein bisschen doof jetzt wo ich durchs wasser gesprungen bin das ist ein bisschen doof jetzt wo ich durchs wasser gesprungen bin dienstag den 28 also wenn es interessiert es muss niemand interessieren ich sage jetzt mal wieder wieder was jemand denkt ey wann nimmst du das auf ist überhaupt frisch hast du das neue update oder das ist nicht was ja es ist so frisch wie es geht so frisch ich denke ich wollte gerade sagen was wollen wir hier in einem anderen machen so oh falsch das verhalten so auf wiese ist schon mal nicht schlecht gedacht muss man sagen weil manche wagen verhalten sich wirklich so ich bin gespannt wo er mich dann in die mission sowieso ein bisschen wieder auf die ruhe gucken wir machen das schon zwar eine weile jetzt aber ungefähr ist immer so ein gutes Ding ich glaube ich brauche mal wieder Alkohol also mein Kopf tut wieder weh wenn man da hilft wenn wir Alkohol mal gucken ob die es einfach eine gute Idee war so klein mal gucken geil also ich weiß dass da schon mal ein ist eigentlich fast so aufgebaut wie das andere so so Ein bisschenes Vorgehen? Ein bisschen wieder vorgehen. So. 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 Zerstöre die Schwarzkönnerei. Fuck. Fuck. So. 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 Mal gucken. Mach so weiter und du wirst tot. So. 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 Mal gucken. Hier ist noch die Schwarzbanderei. Vorher aber. Das ist hier kurz weg gemacht und dann die Schwarzbanderei. Ach. Hier mit Niki Burke. Also haben wir das auch geschafft. Das ist sehr sehr nice. Jetzt schauen wir mal wo ist denn. seines Bosses kämpfen wird. Mal gucken ob das hier noch gilt. Nö. Gut. Ähm. Wir haben jetzt 3000. Was steht uns die Möglichkeit mit Burke zu reden. Ich weiß es nicht. Wir reden einfach mit Burke. Und gut ist. Ich zeig die Uhr. Ich wollte gerade sagen. Wir machen hier den Part. Aber anscheinend muss ich doch hier ein bisschen schneiden. Wir brauchen ein neues Auto hier im Bayou. Bin dabei Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Alter. Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Ich geh noch eben Pissen. Dann bring ich ihn raus zu dir. What the fuck. Junge. Bleib doch mal stehen. Du siehst dass ich hier bin. Einmal Auto. Wie bestellt. Das ist eine große Hilfe. Kann ich hier eigentlich umfahren. Ne. Der ist ganz schlimm. Okay. So. Wir haben wieder 3000 Kilometer zu fahren. Wie gesagt. Ich möchte das ungern schneiden. Problem liegt daran. Dass mein Programm manchmal sich aufhängt. Jetzt wieder irgendwie in letzter Zeit. So. Ich bin froh wenn ich das alles auf ehemal hab. Aber der Part davon war auch nicht zum lang werden. Weil das mein Aufnahmprogramm streikt. Und das ist ja alles mies daran. Was sie in letzter Zeit für Probleme haben. Aber ich habe irgendwie Lust. Oh. Komm wir fahren. Jetzt hier hin. Das ist nämlich ein ganz soweit. Das ist super zum Ende des Partes. Im nächsten Part fahren wir dann wieder zur Brücke. Wir lagen das Geld ein. Und gucken wir uns mal das Haus ein bisschen an. So. Ähm. Ja. Wer jetzt mein Kopf gesehen hat. Der weiß dass ich irgendwie nicht mehr in. Big Dick reinkomme. Ich weiß nicht warum. Vielleicht nicht einfach nur das. Modpack installieren. Aber dazu habe ich echt keine Zeit. Zur Zeit. Das ist so krank. Ich finde es so gar nicht mehr Zeit. Gearbeiten. Nehmen auf. Geschlafen. Und essen. Ich nehme meine zwei Part so auf. Äh. Daran muss ich auch was ändern. Ich. Ich liebe es aufzunehmen. Ja. Aber wenn ich jetzt nur ein Part mache. Dann könnte ich vielleicht auch mehr Zeit zum. 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 Zum bearbeiten des Videos. Und so könnt ihr vielleicht mehr haben. Und ich bekomme mehr Leute. Und dadurch könnte man vielleicht irgendwann mal die Spenden anfangen. Das wäre natürlich schon nice. Wie gesagt. Ich bin nur allgemein schon froh. Nur 117 Abonnenten. Es ist. Einfach nur ein Orgasmus. Großer Sturm. So reinfahren kann ich ja nicht. Ich kann das nicht. Ich bin nicht wie ich hier eigentlich. Das ist hier auch kaputt. So. ich wäre doch schon genau dann wir legen das geld und rein und gehen noch mal durch die türte ich habe zwar ein bisschen angst weil ich nicht weiß was da passiert das alles alles kaputt aber ich wohne noch hier unten dass er muss schlafen kann überhaupt nicht also ich bin dauerhaft munter so wir gehen jetzt noch mal durch die tür vergangenheit was die hier ich weiß gar nicht komme ich jetzt überhaupt noch durch ich komme da gar nicht mehr lang das war ja glaube ich mal hier wenn ich hier lang ging es guck mal vielleicht komme ich nach vorne rein also wie steht jetzt mein auto hier das war der haupteingang übelste verbrannt außerdem wo kommt der strom mehr hier ist jetzt auch zu also man kommt hier gar nicht mehr rein außer zu den eingangen finde ich ein bisschen schade weil ich dachte da kommt vielleicht noch mal was hinten ist wohl eine bohrstelle sieht so ordentlich aus so was machen wir jetzt ich wollte gerne noch mal wissen ob das auch bei denen hier funktioniert dass sie sich auf immerhin legen das ist das für ein gewehr ich kann die polizei ich komme zu dir du fast da Gut, irgendwie habe ich bald keine Munition mehr Und ich wollte mein Geld dafür nicht verschwenden Aber Leute, ich würde mal sagen Der Part ist jetzt lang genug Wie gesagt, ich habe hier Zeitmangel Ein bisschen Sieht aus wie Lester Was passiert denn, wenn ich mich Jetzt hier rein stelle Er kann durch mich Durchgreifen, okay Gut, dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Sackt euch Lieber meine Master Balls Das hätte ich jetzt ausprobieren müssen Na gut, nächstes Mal Tschau, tschau Und ich hoffe der Part endet jetzt Weil ich hatte gerade riesen Probleme Ich weiß nicht, wie ich jetzt